Hallöchen, oder wie wir schön in der Tschechei sagen, Ahoi, Dobri Dschön oder Dobri Dän, ich weiß nicht wie es richtig ausgesprochen wird, ist egal, wir sind heute in Schmilka und werden heute auf den Karolafelsen machen, wir werden zur Idergrotte wandern und dann noch auf den großen Winterberg und wenn es weiter mitspielt, nehmen wir die Kipphorn-Aussicht noch mit. Die Dana ist stinksauer auf dem David, das nehme ich jetzt auch hier mit rein, mal gucken wie sie sich verhalten unterwegs, weil es ist jemand zu spät und ja, es ist der David und nicht ich. Na dann, los geht's. Wir sind im schönen Schmilka, das ist ganz romantisch hier, optimal für Pärchen, hier gibt es eine Brauerei, einen leckeren Bäcker und viele kleine idyllische Pensionen. Hier hinten sollte ich mal mit einem LKW anliefern, ist ein bisschen schlecht bei dieser Einfahrtshöhe und wenden, ist natürlich hier auch nicht möglich. So, wir sind jetzt gefühlt 50 Meter gekommen aus der Pause. So, also, wir haben heute mit dem Luca, den Chris, den Matze, den David zu spät, den guten Kai, die Dana, die sauer ist auf dem David, die Isa und die Prinzessin Mary. Hallöchen, ich bin auch mit, der gute Peter. Warum man mich kaum erkennt, keine Ahnung, vielleicht braucht ihr eine Brille. Wir haben eine Brille. Wir haben einen geilen Huse oder so. Dann unterwegs? Haben wir uns abreagiert? Ja, ich habe einen kleinen Stresspickel gekriegt hier. Ja, eklig. Da machst du einen Kackhaufen drüber. Stimmt, da war ja was. Da war hier die Spucke vom Himmel. Soll ich schieben? Oh Gott, ist das anstrengend. So, wer will ein Feuchttuch? Das ist ja geil. Da war es so zu fallen. Ne, da geht noch was. Sagt, wenn wir mit der Wiederbelebung anfangen müssen. Was mache ich? Bei Matze? Na klar. Also Sättigung war 90. Bei allem ist es über 100. Macht langsam. Ich bin zwei. Ne, macht nicht so langsam. Wir wollen doch... Ja, auch zu drängeln. Ja. Prost. Toll. Ne, du warst zu Zeit. Zu Zeit. Wir haben dort alles schon drangehängt. Da hat der David mal ein Bild gemacht. Wie der Spanny. Wir müssen das gerade ausschauen, ob das lädt nicht, weil wir kein Netz haben. Achso, das brauche ich auf jeden Fall. Vielen Dank. Endlich geht's abwärts! Die haben halt die Tonys an, ne? Mhm. Ich weiß, wie jetzt kommt, dass hier jemand unterfliegt, willst du? Wie schön! Das kannst du vergessen! Hier haben wir die wilde Hölle. Die gehen wir heute nicht runter. Macht aber total viel Spaß runter zu rennen. Werden wir wahrscheinlich dann irgendwann mal in 1-2 Monaten machen. Genau, wir gehen jetzt auf den Aussichtspunkt vom Karolafelsen. Da zeige ich euch gleich, wie schön das dort ist. Dort kann man richtig gut frühstücken. Da müsste man natürlich schon um 8. starten. Und ja, erst halb, dreiviertel elf. Naja. Ja. Ja. Hier ist es super! Ich muss das drauf haben und den Hubschrauber dann. Wir sind 2,5 Stunden unterwegs, da haben sie nur 1,5 Stunden gelaufen. Ja, wir haben eine Stunde schon passiert. Ja, wir haben eine Stunde. Musik Wir sind an der Ida Grotte und haben jetzt das erste Mal eine Stelle entdeckt, wo es vor zwei Monaten gebrannt hatte. Ich zeige euch das mal da unten und wenn wir noch mehr finden zeige ich euch das natürlich auch, weil es ja interessant ist. Nicht so ins Gesicht! Würde der David immer machen. Wir müssen uns fragen, wann siehst du aus? Ja, genau. Grüße gehen raus an Mutter Unterwegs, die heute leider nicht mit ist. Ich hab dich lieb. Hier oben haben wir auch ein bisschen was, wo es gebrannt hat. Umgehauen haben. Tschüss! 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 Hahaha! Tschüss! Tschüss! Schlippe, die haben die Plattform wegen dem Baum gemacht. So ihr Lieben, wir haben es geschafft auf den großen Winterberg, der ist 556 Meter hoch. Hier gibt es auch so einen schönen Turm, der bis jetzt immer zu war. Ich weiß noch nicht, ob er heute offen hat, aber das Wetter schlägt gerade so um. Da werden wir hier vorne an den Imbiss, müssen eine Stärkung gönnen und dann geht es nur noch abwärts runter ins Tal. Ja so ein guter Hecht. Achso, egal, wie es noch nicht geht. Wir sind überhaupt noch ein Stück. Das ist schön. Ja, ich brauche. Ihr Lieben, wir haben jetzt gerade eine schöne Pause gemacht am großen Winterberg und jetzt geht es nur noch abwärts und das wird echt brutal. Was soll's, die wollten es nicht anders. Wie sie alle aus dem Wald kommen. Dort und dort. So ihr Lieben, jetzt habe ich ganz vergessen ein Outro zu machen. Das Tor war super, 11 Kilometer. Die Leute waren super drauf, waren ein bisschen spät dran. Danke David. Link ist in der Videobeschreibung. Kanal abonnieren. Glocke nicht vergessen. Liken. Ihr wisst, wie es funktioniert. Schön, dass ihr mit wart. Martin, gehst du noch oder kommst du schon? Noch am Beste. Bei Martin ist es wirklich. Die Pumpe ist am Beste bei Martin. Lass noch Wafflinge. Jetzt haben wir alle dort. Oh, jetzt kommen die Kinder. Aber seht ihr schon? David, so schlimm ist es doch nicht. Komm zurück. Warte, ich komm erst runter. Nein. Wollt ihr euch einen Stock teilen? Weit runter. Nach weit, weit runter. Weit, weit tot. So, Isa. Schöne Pose. Super. Ja. Euer Christian.